Sind halt ne. Mehr halt auch nicht, ne. So, das letzte Schwein holen wir auch noch. So. Ich hoffe, ich nehme jetzt den richtigen Heimweg. Beziehungsweise, ich will ja gar keinen Heimweg nehmen. Ich wollte jetzt im Dschungel rüber. Genau. Oder ist es unser Dschungel? Nee. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich könnte jetzt natürlich auf die Karte gucken. Aber das wäre dann auch... Das wäre ja schon wieder schlau. Und das will ich jetzt nicht unbedingt provozieren. Da vorne ist unser Fackelweg. Na komm, ich schaue mal auf die Karte. Ich nehme das Steak raus. Die Karte her. So. Zack. Sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus. Wir sind hier ganz woanders. Das ist ja... Wir wägen uns hier am Rande. Und rein theoretisch müsste irgendwo in der Richtung dann... Unser Zuhause kommen. Aber irgendwie... Zumindest der Bauernhof war doch noch auf der Karte, oder nicht? Ich habe jetzt leider auch überhaupt keine Orientierung in dem Sinne, weil... Ich in einem Bereich bin, wo ich keinen Pfeil habe auf der Karte, wo ich gerade hingucke. Da ist die Lava, die wir kennen. So. Wartet mal. Da ist unsere Fackel. Das ist ein Fackelweg dahinter. So. Und dann müsste ja unser Fackelweg in irgendeine Richtung weitergehen, weil wir sind ja dann... Zurück. Wieder nach Hause. Hä? Ich bin gerade ein bisschen... Die anderen Texturen verwirren mich gerade ein bisschen. Hallo Schaf. Äh... Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ah, ich habe schon wieder keine Energie mehr. Ein bisschen rosalastig, das Texturenpack, finde ich, ne? Zumindestens in der GUI. So, wo laufe ich denn jetzt hin, laut Karte? Sieht fast aus, als würde ich aus der Karte rauslaufen. Ach, komm schon. Ich habe mir doch da vorne schön meine Fackeln gesetzt. Und ich habe den Fackelweg bis über die... Über den Meeresweg, beziehungsweise über den Wasserweg doch gelegt, damit ich auf jeden Fall wieder zurückfinde. So. Das tut mir jetzt auch leid, dass wir jetzt schon wieder am Rumorientieren sind, aber... Ne, ihr merkt schon. Eine Weile nicht mehr drin gewesen. Ich bin ja froh, dass ich noch wusste, dass ich überhaupt einen Bauernhof habe. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Den haben wir da drüben hingebaut. Die Sonne geht schon wieder unter. Mensch, Mensch, Mensch. Kommen wir von da hinten? Kann das sein? Ich bin gerade überfragt. Aber hier ist das Lavabecken. Ach, Mensch, jetzt müssen wir schon wieder schlafen gehen. So war das jetzt nicht geplant. Vielleicht hätte ich doch nochmal eine Runde drehen sollen, bevor ich aufnehme, aber jetzt ist das Ding halt schon am Laufen, ne? Ich könnte jetzt nochmal neu starten, aber... Nein! Schlafen wir erstmal. Ich hoffe, jetzt hier schneidet keiner jetzt rein, weil ich ja die Tür offengelassen habe. Die sogenannte. So. Ah, herrlich mal wieder, herrlich. Ja, komm, jetzt schauen wir nochmal. Hier. Über dieses Lavafeld bin ich doch hierher gekommen. Und um hierher zu kommen, musste ich über den Meeresweg. Das weiß ich noch. Da hinten schaut's aus. Schaut's ein bisschen gerade aus. Habe ich da was gebaut? Ist da was von mir? Alter, Finne, ey. Das ist doch nicht wahr jetzt. Na, von hier kann ich doch gar nicht kommen eigentlich. Nein, nein. Oder? Vorne sind auch Fackeln. Hä? Bin ich jetzt vollkommen verstrullert? Ja, Tatsache. Wir kommen von da hinten. Die Richtung ist es. Das heißt, das ist wirklich ein anderer Regenwald. Das heißt aber auch, dass wir jetzt in diesen Regenwald gehen werden, weil ich ja noch Dschungelholz und Blätter brauche. Und das werde ich mir jetzt an dieser Stelle holen. Und dafür werde ich hier nochmal kurz umbauen. Und zwar brauche ich Erde zum Hochkommen. Wobei nicht unbedingt. Da könnte ich eigentlich an den Learen klettern. Denn, ähm, ich möchte, ich rede dann immer so laut rein, wenn ich nachdenke, ne? Denn, ähm, sorry. Ähm, dann, ich möchte ja jetzt mal zum Punkt kommen. Das wäre jetzt mal wirklich ein guter Plan. Nein, ich möchte ja mein Baumhaus bauen. Und dazu möchte ich einerseits reines Dschungelholz verwenden, weil es halt eben ein Dschungelbaumhaus werden soll. Und zweitens brauche ich ja auch die Dschungelholzblätter. Und dazu muss ich natürlich Dschungelholzblätter farmen. Und das muss ich erstmal machen. Und die sehen hier natürlich jetzt auch wieder anders aus. Aber hier sieht man mal den Unterschied zu den Eichenblättern sehr, sehr deutlich. Schaut euch das an. Das hier sind die Eichenblätter. Und das hier sind die Dschungelholzblätter. Und ich höre hier Höhlen. Ich höre hier Höhlen. Und ich höre hier auch Spinnen. Naja, muss ich jetzt nicht haben. So. Wollen wir einfach mal so einen Koloss abholzen. Das tut einem ja auch irgendwie weh, ne? Diese Regenwaldrodung ist ja eigentlich nicht so mein Ding. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Das will jetzt auch ein bisschen dauern, bis wir den runter haben. Ach, hier ist natürlich keine Liane mehr. Bäh! Ja. Immer einen Tick zu früh nach... Ja, jetzt hör doch auf. So. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ist das dein Ernst? So. Machen wir es so. Und dann können wir hier schön die Blätter abbauen. Oh, fuck. Oh. Ja, wenn man vergisst, dass man auf der Playstation eine Taste drücken muss, damit man nicht runterfällt, ist das natürlich ein bisschen ungünstig. Ich muss was aufpassen. Wenn die jetzt das Decay anfangen, dann falle ich hier ungebremst runter. Äh, hä. So. Blätter! Wie viel haben wir denn jetzt schon? Oh, schon über ein Stack voll, aber das wird nicht reichen. Wir werden mehr brauchen. Ich grab die jetzt hier einfach mal alle ab. Und wenn wir unten sind, können wir die einsammeln. Ach, ja. Ich freue mich, wenn das mit einem Gamer-PC in naher Zukunft klappt, weil dann werde ich auch... Also das Minecraft-Let's-Play auf der Playstation werde ich weiterführen, denke ich mal. Aber dann sparsamer. Und ich werde dann auch ein PC-Minecraft-Let's-Play wieder machen, beziehungsweise vielleicht sogar mein altes fortführen, wenn ich die Map retten kann. Ähm... Würde dann natürlich wieder mit Minecraft Part 1 anfangen erst mal und dann halt aufs alte verweisen. Ich mach mal hier einen Jump. Dann kriegen wir hier noch ein paar Blätter raus. Ich frage mich, wenn man nur die Blätter abgräbt, ob die dann nachwachsen, wenn der Baum... Oh, 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 oh. Wenn der Baum weiter steht. Würde mich mal interessieren. Ich werde jetzt nämlich auch nur den großen hier abholzen und nicht die kleinen nebendran. Weil so nötig habe ich es dann auch nicht, ne? Außerdem, wenn ich den abholze, habe ich wirklich mehr als genug Holz. Ich muss bloß dran denken, dass wenn ich jetzt runtergehe durchs Abholzen, dass ich auch die Erdblöcke dann gleich mit abgrabe, weil das schaut dann scheiße aus, wenn da Erde in der Luft hängt. Das muss nicht sein. So. Die kann ja runterfallen, das stört ja keinen. Und dann passt das. Also ich muss jetzt nochmal zum Texturenpack was sagen. Ich finde das wirklich nicht schlecht. Also es schaut ordentlich aus. Es schaut auch halbwegs realistisch aus. Auch die, ich sage jetzt mal, die naturbelassenen Sachen. Allerdings stört mich einerseits das Interface, also die GUI unten. Die finde ich jetzt nicht so überragend mit dem Rosa-Inlay. Und ich finde es auch nicht so überragend gut. Aber das ist halt eben, weil es eher modern angehaucht sein soll, dass so Sachen wie die Schere als Rasierer dargestellt werden. Das finde ich jetzt nicht so toll. Und die Rüstung ist halt auch eher ein Raumfahrtanzug. Als dass sie wirklich eine Rüstung ist. Das ist halt auch ein Raumfahrtanzug.